hey Leute willkommen zu T2G ich bin gekickt worden hey Leute willkommen zu T2G wir zeigen heute ach komm ach komm hey Leute willkommen zu T2G wir zeigen heute Quick Survival Games mit zwei Gästen und das ist einmal der Kenning und einmal der 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 FreshBash FreshBash wir sind super toll ich weiß nicht was du bist und eh wir machen die Challenge alle drei machen mit die Challenge ist folgendermaßen man hat ich kann es ja ich bin zeiten hier bei uns kommen und die Anstellung das Mann Prozent in die schlägt und die Hälfte von der mit ich zeigte es ist das man macht kommen schlagen mit Prozent jenseits in in der S und W schlagen und mit Maustaste rechts links um geht man nach vorne und mit links zu sehen mit die Mannschaft schlicht es ist richtig der ist der Kopfschmerzen und jetzt weiß ich nicht nur ich bin gestorben weil ich ihn mit dem Maus aus der Schlange so eine Richtigkeit richtig kürz-kritische schütteln es ist es in den Miseschen schätzt und es ist dass ich die Prozüge dann denkt ihr doch leider aus heute besser halten nicht behindert ich habe nichts in kein Kühl sie hat doch gerade ein Geld gemacht ich auch glückwunsch so was er schlecht ist wie die Säule wissen es in der nächsten und er kommt nun hier weiß los ist und erstmals scheiße drin und auch noch scheiße drin müssen nicht hundern die ja alles klar geht mich nicht ich habe ein Kiel ihr bitte helfen in den gefahr bitte ja ich doch auch ich ja nicht ein halbes herr ich bin hinter dir ich bin hinter dir doch nicht bist du das also ich habe keine waffe ich bin ich bin ich bin das ist jemand kann ich schlagen ich bin hier im Herzen gebrochen hat ich wollte alles klar alles klar ist schon okay er hat eine Waffe du bist gefühlt es bin ich verabredet die GmbH alles klar ein Tod Koma hier ist ich eine Waffe ich habe für das Besseres die hier nimmt 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 ja aber ich habe keine Waffe also der Challenge heute ich ich bin hier seine Waffe seine ich hab was soll vorne Prozent Hölf Schwer okay und jetzt ist es ist man das ist so nervig hier ist kein nix hier ist nur Hölf Schwer Urstein Schwerpunkt für dich hast du Loli ich hab hier eine halbe Tür die Tür ist halb abgeschnitten irgendwie ich weiß nicht warum die Säckchen aber ein Ersterben Haus das sind zwei Stück mit vor dir deine ist halb tot hat nur dreieinhalb Herzen verloren alles klar hat mich auch hat nur dreieinhalb Herzen verloren alles klar ist es wird nicht bleiben wir aus ein Kittschwein war aus ist okay Jens zu dich aus die 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 war ich kommt bleib stehen oh gut 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 hast du Waffe? ja hier erschwert komm oh fuck hat er dich? ja aber fast tot so Leute wir sind jetzt in der nächsten Runde Leute was war hier? Leute und den Bampul Waffe anziehen fuck rennen anziehen anziehen schlagen ich schwörs euch da ist jemand da ist jemand der hat mich der hat mich da den Easy drei Herzen so ein Hosen heute Hi ich bin hinter dir oh 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 ich hab ihn gg warte mir hier ja pass auf rin jawoll der zwei Herzen der zwei Herzen der zwei Herzen was wirst du machen man ja das geht einfach nicht mal so ich bin nüt du kannst einfach nicht schlagen alter ich glaub ich cheat sie gleich ja wenn du das mal schlage ich dich kaputt alter nein nein schneiden wir aus ja das machen wir alles raus alles klammern schneider das ganze Video raus ach so nur das Intro rein machen und die begrüßung ich hab auch bin davor gestorben schneid ich rauch ich schneid dir nix raus sollte ich stoppt diesens richtig Boxen gehen ich sag ich 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 in Chat kommt es eine 4 bestimmen dumm alter bin ich bin dumm vergessen zu springen okay Leute ich hab's einigermaßen hinbekommen also ich kann einigermaßen pvp guck mal soll ich mal zeigen schreck ihn jetzt da ich kann auch blocken einheimersen einheimersen auge okay ich 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 es ist auch nicht so ein Angelspaß die Bogen auch gleich ist es so behindert macht es mal wir müssen es mal machen ich will gehen 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 ich bin noch drin ich bin noch drin nein komm mach nix und nein nein vielleicht gewinnt mit ja wahrscheinlich du Gummeltin wird alte du schaffst nicht mal zu hoch ist der Pätschel kommen und die Zwillinge mit der Schäden ich hätte hier einfach die 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 an die 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 ich glaube ich habe man diese hoffensches gestellt und wieder frussisch das ist deine IP guck Leute das ist kein IP nein abgestaubt abgestaubt auf normal hi das ein Gegner ja den hier weg easy ja easy brechen jetzt so bist du oh du bist so dann raus ist ok man haben wir verstanden dass ihr das Video rauschneiden sollen Leute den Teil wo ich rasiert hat da kann drin bleiben ja alles klar wenn ihr nochmal wenn ihr 2.com mit ja der eine schießauf drauf und Opfer Burensohn ich schwöre mich nicht ich finde ich schlag dich kaputt ja mach ich das in Berlin in 5 steigen wir aus wie er sich nicht in Berlin finde und die in Berlin in Berlin zu spüren verstanden das ist doch die hessische mit der Welt also das ist die Missgeburt mit nein das ist die die Nutzmeck um mit so einem Challenge zu kommen mehr an sich ist cool es ist so ungewohnt ich bin gerade ich bin jetzt ich bin ich zu dir Niemann hier ist sie gekommen doch bitte die Regen die Regen die Freude die Regen nein ein halbes die die Zellen du hast mich getötet in Alter du hast mich getötet jetzt verlinke ich dich aber nicht die Verpflichtung und die Bekämpf zu bespricht abgangsschlag es gibt es wird keine Verlinigung um sich gehen die die fris so weil du sagst jetzt was weil du es gesagt hast und dass du gehofft hast dass du keine was dass das klima wirst doppelt nicht verlinkt und wenn du noch mal was sagst dann wird es nicht vorbei links von der video beschreibung wenn ich das nicht vergesst wollte noch was sagen ja war eine beschissene shell die ich nicht hingekriegt hat war schon mal frisch 0 kinden die ein kind habe ich nie kriegt in soar wir haben so viel aber sie sonst was sagen ich will noch was sagen ja sagt an alle zuschauer kindern ist im ist gut ich bin es geburt hier es wieder alles umstellen leute um probiert es selber und schreibt wie viele kills hier in den paar runden gekriegt habt aber bitte kein selbstmordversuche nach diesen runden also es ist schrecklich oder okay leute wir sehen uns zum nächsten video also bis dann genaßen und nimmst geburt